hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar erzähle ich euch heute weiter wie denn die kindeswohlgefährdung des jugenddezernenten des landratsamt alpdonaukreis der herr josef barabäisch sich darstellt bevor ich in die details geht der hinweis wenn ihr über neue videos unterrichtet werden wollt zum beispiel zu dem fall barabäisch dann abonniert unseren kanal auf youtube dann aktiviert die glocke dann wird über alle neuen videos benachrichtigt und ich mache noch weitere videos zum herrn barabäisch also vergesst nicht das abonnieren ja der herr josef barabäisch habe ich ja schon in dem ersten video erzählt der hat mir geantwortet auf ein schreiben an den landrat also im namen des landrats oder an stelle des landrats und ist da gar nicht darauf eingegangen was ich da gefragt habe der herr barabäisch der sieht folgendermaßen aus das ist ja ein bild das die schwäbische zeitung veröffentlicht hat auf seiner website und ja der herr barabäisch der hat mir ja nicht richtig geantwortet dann habe ich eben noch mal beim landrat angefragt und zwar am 2 februar das heißt also drei tage nach der antwort des herrn barabäisch und fragt den landrat sehr geehrter herr landrat scheffold das schreiben des herrn josef barabäisch vom 30.01.2020 gab anlass beim familiengericht einen antrag auf einberufung eines erörterungstermin wegen durch an barabäisch erfolgt erfolgter kindeswohlgefährdung zu stellen ja natürlich wenn mir der jugend dezernent eines landratsamts auf die frage wie es denn mit der psychischen folter aussieht die die mutter meiner kinder gegen meine kinder ausübt was sind da das jugendamt bzw das landratsamt getan hat und der antwortet mir ja der familienhelfer ist auf ihren wunsch nicht mehr tätig und dann ist das komplett am thema vorbei und dann muss ich mich natürlich fragen hat dieser jugend dezernent überhaupt eine ahnung und was er da redet oder nicht ist der inkompetent schlecht informiert sind seine mitarbeiter inkompetent egal unter dem strich kann das ganze heißen dass er das wohl meiner kinder gefährdet also habe ich beim amtsgericht ulm einen antrag gemacht wegen kindeswohlgefährdung durch den herrn josef barabäisch und dieses verfahren läuft auch mittlerweile das würde eingeleitet durch das amtsgericht ulm weiter im text ich habe dann noch geschrieben offensichtlich hat herr barabäisch meine an sie in meinem schreiben vom 26.01.2020 gestellte frage nicht beantwortet die ich hier wiederholen ihnen somit erneut stelle ich habe sie extra fett gemacht damit falls er herr landrat scheffold das dem herrn barabäisch weiterleitet damit der herr barabäisch das auch wirklich sieht und die frage lautet bekanntlich was hat das jugendamt wegen der am 23 7 2019 verübten psychischen folter der frauen und da stehen die namen der mutter meiner kinder und der tante und oma mütterlicherseits an meinen vier kindern unternommen von den diesbezüglichen eindeutigen nachweisen erhielten die jugendamts mitarbeiterinnen frau kim anja stark und frau nadine licht während der hausbesuch bei mir am 26.09.2019 positive kenntnis und jetzt habe ich ihm auch noch eine eidesstaatliche versicherung meines beistands angefügt nämlich der person die dabei war beim hausbesuch als zeuge falls das jugendamt später irgendwas behauptet was nicht stimmt oder wie jetzt hier klar wird etwas gar nicht zur kenntnis nimmt nicht nehmen will wie auch immer egal ich habe einen zeuge der hier in seiner eidesstaatlichen versicherung bezeugt hat dass ich diese zwei frauen kim anja stark und nadine licht beim hausbesuch darauf hingewiesen habe dass da eine psychologische fachkraft mir gesagt hat dass die mutter psychische folter und narzisstischen missbrauch gegen unsere kinder ausübt und dann helfe ich dem herrn landrat scheffelt auch noch weiter und sagt dass dem jugendamt bekannte vergehen der mutter und deren umfeld wird vom facharzt für psychotherapeutische medizin und öffentliches gesundheitswesen dr med dann steht da der name auf der basis einer audioaufnahme wie folgt eingeschätzt die älteste tochter hat ja heimlich das aufgenommen was die mutter tante und oma da machen gegen meine vier kinder und habe jetzt den ausschnitt ja aus der stellungnahme des psychotherapeuten und mediziners noch eingefügt damit wirklich klar ist worum es geht ich zitiere es mal hier daraus der audio mitschnitt dieser heimliche mitschnitt eines streites mit der oma tante mutter im beisein ihrer geschwister beweist die richtigkeit der angaben der ältesten tochter in zusammenhang mit beiden diagnose stunden sie wird ausgegrenzt wenn sie sich nicht loyal zur mutter verhält und wird als verräterin benannt dann gehört sie nicht mehr zur familie ich erkenne einen loyalitätskonflikt schreibt der psychotherapeut nötigung und unterwerfung seitens der mutter und der anwesenden erwachsenen keiner steht der ältesten tochter bei deren erziehung schamhaft ist also die erziehung der mutter tante und oma ihre ex frau möchte in ihrem sozialen umfeld als gut angesehen werden und zwingt ihre tochter sich entsprechend auf ihre seite zu stellen dies überfordert die elfjährige die mütterliche forderung verantwortung zu übernehmen bedeutet den vater verleugnen zu müssen die schamerziehung der mutter steht einer gesunden kindlichen individuellen seelischen entwicklung der tochter entgegen hier steht ganz klar etwas von kindeswohlgefährdung im übrigen reagierte ich auf den mitschnitt mit schlaflosigkeit aufgrund des großen emotionalen druckes auf die älteste tochter der mobbing muster aufweist drei erwachsene gegen ein kleines mädchen dieser druck hat natürlich auch auswirkungen auf die jüngeren geschwister die bei entsprechender befragung aus angst vor ausgrenzung nicht ehrlich antworten werden damit meint der psychotherapeut richterliche anhörungen der kinder diese meine reaktion weist auf die große belastung hin die das auftreten von kopfschmerzen hautirritationen bei der ältesten tochter und das nägelkauen bei der jüngeren tochter als somatische reaktions bildung erklären zur erklärung eltern haften für eine elfjährige aber diese sollte nicht für die eltern und deren guten ruf haftbar gemacht werden also jetzt hat der herr landrat scheffold hier ganz klar den nachweis einer kindeswohlgefährdung den nachweis auch dass das jugendamt beim hausbesuch im september 2019 davon erfuhr und jetzt hat der landrat heiner scheffold wieder das ganze dem herrn josef barabais dem leiter des dezernats jugend und soziales gegeben damit er mir antwortet und dieser herr barabais hat folgendes geantwortet und zwar hat er das am 7 februar gemacht also fünf tage nach meinem schreiben ihr schreiben vom 2 februar 2020 sehr geehrter herr groganz herr landrat scheffold hat mich gebeten ihr schreiben zu beantworten zur regelung der elterlichen sorge durch das familiengericht gab es im vorfeld der gerichtlichen anhörung am 26 september 2019 ein gespräch in ihrer wohnung alles klar weiß ich schon habe ich ja geschrieben gut dass es bestätigt bei diesem gespräch ergab sich auch dass ein tätig werden im sinne des gesetzlichen schutzauftrages unseres jugendantes nicht notwendig war moment noch mal zurück zu dem was der psychotherapeut geschrieben hat mobbing muster die schamerziehung der mutter steht einer gesunden kindlichen individuellen seelischen entwicklung der tochter entgegen und hat natürlich auch auswirkungen auf die jüngeren geschwister naja der herr josef barabais vom landratsamt alp donaukreis ist er der jugendetzer nennt vielleicht weiß der ja mehr als der psychotherapeut anscheinend war es nicht notwendig für das jugendamt da irgendwas zu machen die von ihnen schreibt der herr josef barabais weiter in ihrem schreiben gestellte frage ist für uns damit beantwortet bitte nehmen sie zur kenntnis dass dies die abschließende antwort in dieser angelegenheit ist eins kann ich euch versprechen dies wird nicht mein letztes video in dieser angelegenheit sein und wenn der herr barabais mir nicht mehr schreiben will falls ich noch mal dem landrat schreibt ok es wird ja wohl einen termin am amtsgericht geben wegen der kindeswohlgefährdung die hier wohl ganz klar hervorgeht aus dem schreiben des herr josef barabais dass weder er noch das jugendamt das ihm unterstellt ist hier in dem verhalten der mutter unserer kinder eine psychische gefährdung der kinder sieht dann ist es eine kindeswohlgefährdung die hier von dem jugend dezernenten ausgeht der hier die sache falsch einschätzt vielleicht falsch beraten wird von den eigenen leuten vielleicht will er ja auch vertuschen vielleicht ist er inkompetent kann solche einschätzungen von psychotherapeuten überhaupt nicht verstehen weiß nicht was es bedeutet mobbing muss dafür hat der herr barabais keine ahnung wir werden sehen an dem termin am amtsgericht vielleicht auch schon früher es gibt noch weiteres zu diesem vorfall mit dem herr barabais da mache ich noch mal ein video dazu informiere euch gern und wenn ihr da automatisch unterrichtet werden wollt dann abonniert unseren kanal den freifam kanal auf youtube aktiviert die glocke damit ihr über alle neuen videos benachrichtigt werdet und wenn ihr auch so komische erfahrungen habt mit jugendamt oder familiengericht dann schreibt uns an info at freifam.de dann berichten wir gerne darüber oder machen mit dir direkt ein video wie wir es auch schon öfter gemacht haben und danke fürs zuschauen und noch ein letzter hinweis ihr könnt auch spenden für freifam die informationen gibt es unter dem link der jetzt im abspann zu sehen ist danke nochmal fürs zuschauen tschüss bye Videos Das ist grip D